ja dann hast du nur noch drei schweine die haben jetzt angst oder wie bestimmt weil ich lampe ich glaube es muss wieder hell werden erst das war doch auf dem rückweg mit den schafen auch so oder nicht drüben läuft auch noch ein schwein ich weiß nicht mal wo du bist nicht weit weg von dir ja schaust du dann auf die map weil wenn ich ihm auf die map guckt dann lasse ich die karotte immer fallen oder magst du die karotte nehmen und gibt mir die karotte jetzt hast du musst sie auch nehmen jetzt auch mal in meiner vergessen jetzt hätte ich sie beinahe gegessen ach so ich habe sie einzeln gedruckt okay wo müssen wir denn oh ist nicht weit ne oh okay ist weit müsste okay das sollte gehen es wird ja auch langsam hin können schweine schwimmen ich glaube schweine sind sogar gute schwimmer oder hallo schwein ich habe jetzt bloß drei dabei ist das schlimm nein zwei reichen im prinzip schwein schwein wo bist du denn vielleicht läuft uns auch noch eine kuh über dem rück du hast ja sogar vier dabei vorsicht abgrund was ist denn da ich mache uns hier den weg gerade frei ist ein schwein runtergefallen nein vorsicht bringen wir die schweine nach hause schwein gehabt sind voll die kamikaze schweine aber bergauf mögen die nicht ne sag ich dir gleich das sind die irgendwie empfindlich ich gehe so ein bisschen bergab und die späckte und zue ich ach das wird ewig da wanno k Komm, Schmeichchen König, du schaffst das. Ach, verdammt. Warum ist das jetzt hier so verzwickt? Vorsicht! Oh, ich dachte jetzt, du fällst da runter. Vorsicht, da auch nicht runterfallen. Okay. Ach, du haust das Schweinchen frei. Okay. Dann mache ich hier Schweinchen frei. Bist du denn jetzt? Hier. Was springen denn Schweine eigentlich? Hm, Fleisch? Warum sind jetzt da bloß noch zwei? Ja, aber die anderen hauen alle ab. Okay. Ich muss auf Karte gucken. Wir müssen jetzt doch einen dichten Wald und dann sollten wir zu Hause irgendwann angucken. Hast du markiert den Schweinewald? Nein. Toll. Du hast ja eh die ganzen Schweine da weggeschleppt. Die sind jetzt eh irgendwo. Da waren aber noch mal drei. Ach so. Mann, das wäre voll dann mein Gott. Ich glaube da wieder ein Schwein weg. Ja, wir brauchen ja bloß zwei Schweine. Wiener Wald. Wiener Wald. Wiener Wald. Wiener Wald. Ich hätte trotzdem lieber eine Kuh. Komm, Schweinchen, Dick. Ich wette mit dir, wenn wir Kühe finden, dann finden wir eine ganze Herde. Macht nichts, nehmen wir alle mit. Solange zwei ankommen, ist mir das egal. Ehm? Loggi? Finde ich nicht mehr. Wie? Wie? Hälfte geschafft. Immerhin, sind ja bloß schon eine Viertelstunde unterwegs. Ungefähr. Schweinchen. Vorsicht. Ähm, ich baue das hier mal schnell zu. Ähm, ich baue das hier mal selbst. Marsch, wird aber dass der Zinken zu übernehmen. spinne, drüben! Quiek. Quiek. Quack. Nee, quick. Sehen wir mal. Hoppala. Ach, die Hände. Leider noch kein Wochenende. Ganz schön schweinisch bist du. Ich? Ja. Soll ich dir mal zeigen, wie schweinisch ist? Lieber nicht. Wir haben's gleich. Natürlich. Da kommt jetzt dann ein Fluss. Und das ist der, wo die Bobbys drin sind. Und dann sind wir zu Hause. Gut, machst du das? Ja. Ich bin ein Schweinsvater. Ich seh' was. Wo ist denn eigentlich der Riesenteich, wo du gesagt hast? Wo Bobbys drin schwimmen? Nein, ich abhauen! Mein Schweinchen. Hallo. Schweinschweinchen. Komm. Komm, komm. 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 Du hast da nicht mal ein Ding. Ein was? Müsst du die da reintun? Ja. Einschweinchen, oder? Warte mal, ich lock mal die Schafe hier weg. Hallo Schaf. Schaf. Hier, kommt. Huluhuluhu. Huluhuluhu. Ich glaub, wir könnten mal ein paar Schafe schlachten. Huluhuluhu. Genau, tu sie mal anders hin. Tu sie in einen anderen Eingang. Machen wir mal ein paar Schafe. Alter, wo ist das zweite Schweinchen? Da unten ist es. Wo da unten? Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Die passen da nicht durch. Nein. Das ist ein bisschen Schiefer, oder? Michaela Schiefer. Es ist kuschelig warm hier. Die passen nicht durch. Die müssen da durch. Passen nicht. Die müssen da durch. Siehst du? Und sie ist schon durch. Das ist blöd. Hallo? Hallo? Vorsicht, Vorsicht. Ja, weil sie rauskommen sind. Das ist zum Kotzen, ey. Ja, kommt, ey. Hallo, hier ist Karotte. Weißt du nicht mal, ey, komm. Weißt du was? Schuckst, das Schwein. Okay, jetzt. Nein, da. Schaut nicht so blöd, ey. Ja, komm. Ja, komm. Es geht weg. Lass mich in Frieden jetzt. Ja, ich weiß, was mir geht. Hallo? Sag mal. Nom, 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 nom. Ich fühle mich ein bisschen angestaut hier. Von wem denn? Was ist denn das für ein blödes Schwein? Du? Du? Hallo? Das gibt's doch nicht. Sag mal. Hallo? Jetzt, warte, warte. Komm. Da. So, und jetzt. Asch tritt. Jetzt, jetzt nimm die Karotte. Komm. Ja, mach die Tür zu. Ja, habt euch lieb jetzt. Komm. Warte, warte, warte. Komm. Hapa, Hapa. Hapa, Hapa. Ich hab's selber gegessen. Jetzt gibt's Babyschwein. Ich glaub, das Schweinchen steht auf Schafe. Komm, bring's mir raus hier. Ja, irre. Ah, Gott sei Dank, jetzt haben wir Schweinchen. Aber das Ding wär noch besser. Aber wir haben schon mal ein Schweinchen namens Bay. Ja, aber dann könnten wir auf Reisen gehen, Mensch. Das wär doch voll geil. Ach, ich hab schon wieder so viel Mist. Was hast du? Schon wieder so viel Mist. Weißt du, was ich dir jetzt mach? Ein Bett. Hm? Mir? Ja. Mir? Finde ich nett. Ein Bett finde ich ja auch nett. Ich zinne jetzt alles noch. Hilfe. Bist du ein bisschen high? Kommst du noch so'n Schmarrn? Hier. Hier. Nimm jetzt dieses verdammte Bett. Gut. Ja, das kommt von Bobby. Hab ich ja gesagt. Du hast ihn doch gegessen. Mhm. Kannst du knicken. Geil, wir haben Schafe. Jetzt fehlt bloß das Schweinchen. Äh. Äh. Ähm. Ja, was anderes halt. Dieses Zeugs noch. Unbedingt. Hühner werden auch nicht schlecht, weil die legen immer Eier. Und was bringt ich das? Hühnereier. Komm, geh mir schlafen. Natürlich. War ein anstrengender Tag. Ein langer Tag. Aber das ist ein schöner Ausblick. Guten Morgen. Hühnereier. Hühnereier. Äh. Hühnereier. Gut. Kuhsuche. Mhm. Ja, die Kuh ist eigentlich das Wichtigste, was uns jetzt noch fehlt. Wegen dem Leder. Dann hätten wir einen Rucksack und dann könnten wir auch... Ja, aber was essen die denn jetzt? Weizen, oder nicht? Was soll ich denn... Ich hab noch zwei Weizen. Wir haben ja gesagt, wir gehen da lang, oder? Nee, du hast die Kuh... Wir gehen jetzt hier lang. Die Kuh hat sich jetzt nach... Da hinten... Genau. Versetzt. Da kam die auch irgendwo her. Natürlich nicht. Außerdem habe ich die Kuh ja auch getötet. Wieso hast du die eigentlich getötet? Damit ich uns eine Map bauen kann. Richtig. Wie war, wie war. So. Da ist eine Ente. Eine Ente. Alles gut. Ente gut. Da ist ein Bobby. Bobby. Wahrscheinlich haben wir eh wieder nichts dabei, was die Kuh ist. Ich hab mal einen Pilz mitgenommen. Ich glaub nicht, dass Kuh Pilze mögen. Eier. Was machst du da? Du kommst nicht zwei Blöcke hoch. Nee, überhaupt nicht. Du kannst ja hier... Gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Mich das nächste Mal gefälligst nicht an. Ich glaub die Reise... Da hat mir gestern... Hast du dir ein Schnupfen geholt? Schweinegrippe. Das ist nicht wahr. Ich hab Schweinegrippe. Genau. Wogi? Wogi? Wain. Wain. Wagi? 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 Wain? Ich seh dich nicht mehr. Du bist... Ah! Hinter dir. Ach. Ah. Wui, uui, 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 uui. Ich glaub wir werden beobachtet. Von? Mal. Wo bist du? Wagi? Hier oben auf dem Berg. Ich geh jetzt da nicht nochmal hoch. Aber ich glaub... Von unten werden wir auch beobachtet. Schau mal da ganz gerade aus. Siehst du das? Oh. Weißt du von was wir beobachtet werden? Ja. Kürbiskopf. Genau. Was höre ich hier? Was ist denn dein Fußstapf? Dein neuer Deichmannschuh. Das wäre nicht wunderbar. Wir haben ab und zu haben wir echt schon Dachschaden. Dachschaden? Wir haben nicht mal ein Dach. Doch. Sogar eine Dachterrasse. Genau, da wo unser Bett steht, wenn es regnet. Ja. Mal ein Wasserbett. Ja. Dann kriegen wir Schweinegrippe. Die hab ich schon. Die anstecken? Wenn wir eine Kuh holen, kriegen wir BSI. Wir werden schon wieder beobachtet. Ne, die unterhalten sich. Schnell schlechthin vorbei. Oh, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Wo ist mein Essen? Ich weiß nicht, ich stehe auf diese Riesenbäume. Weißt du, was ich jetzt am liebsten machen würde? Ja, ich hab Häusen. Schau mal hier hoch wieder. Da hackst du doch eine Stunde. Nicht der Baum. Mein Gott, du bist echt high. Schau mal die hier an. Ja, ich weiß. Der wäre doch genial, oder? Abfackeln. Nein, lieber nicht. Wir leben ja in der Wurz. Was macht ihr? Wir sind ja Naturfreunde. Richtig. Deswegen suchen wir Kühe, um sie dann häuten zu können. Genau. Weil wir Rucksäcke brauchen. Ach so, sterben die dann? Ah ja. Hast du mir ja gestern erzählt. Hast du schon mal eine Kuh ohne Auto gesehen? Ey, sadistisch, ey. Mein Gott, du läufst in meinen Gegenden rum, musst du die ganze Zeit patsch-patsch machen. Ach, das gibt's nicht. Was? Das mit den Kühen hier. Das ist mit Absicht, glaube ich. Entschuldigung. Irgendwas hängt bei mir. Leise. Nochmal hängt. Wir schleichen uns leise vorbei. Da. Verdammt. Was machen wir dagegen? Bei mir hängt es schon wieder. Das ist nicht gut. Oh nein. Oh nein. Warte, 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 warte. Das ist nicht gut. Vielen Dank.